Hallo Oma, was meinst du, sollten wir nicht mal in Urlaub fahren? Urlaub? Wieso haben wir Rentner nicht pausenlos Urlaub? Ja, ja, aber es wäre doch schön, mal etwas anderes zu sehen. Was denn zum Beispiel? Hier gibt es ein Angebot in der Zeitung, eine Flugreise nach Istanbul. Istanbul? Wo ist denn das? In der Türkei. Dort machen junge Türkinnen tolle Bauchtänze. Opa, Bauchtänze! Was kosten denn die Bauchtänze? Naja, so circa 1200 Euro für uns beide. Opa, bist du verrückt? Da müsste ja eine Oma aber ganz schön lange stricken. Tja! 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 Tja!